Ganz am Anfang habe ich gedacht, es gibt 50 zu 50 Prozent. Für jeden Patienten ist, entweder man geht den Weg, man kämpft dafür und es kann trotzdem am Ende, kann es dann sein, dass du es immer noch nicht besiegt hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017